Ich weiß nicht was. Ah ja, dann treibt das Boot dahin. Das ist interessant. Dann wollen wir doch mal da lang gehen. So. Das bringt jetzt nur noch bedingt was, sich zu verstecken. Das ist aber gemein. Da wollte ich gerade rüber. So. Hast du was gesagt? Ja, da ist da keiner. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht für dich, dass du den nicht findest. Ich bin ja überhaupt nicht hier. Siehst du, ist überhaupt keiner da. Ich weiß nicht, wer sowas behauptet. Na, da komme ich leider nicht dran an denen. Das sieht er ja gar nicht, wenn ich hier bin. Kann ich da hochklettern? So. Was willst du denn? Das nehme ich gerade mal. Die Lärm-Pfeile. Tja, das ist leider zu schwer für dich zu sehen. Beziehungsweise da kommst du nicht rechtzeitig mit dem Kämpfen hinterher. So. Hier einmal rum. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da muss ich schon mal nichts hin. Achso. Da muss ich schon mal nichts hin. Was? Das ist das? 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 Da ist ja niemand. Ich weiß nicht, wer sowas behauptet. Ich nehme aber hier eben nochmal. So tue ich nicht. So, ähm. Ja. Er hat mich ja gar nicht gesehen. Ja, aber sowas aber auch. So, das ist ja alles gar nicht passiert. So, wie war das hier? Ihr habt alle nichts gesehen, das ist natürlich gut. Dann war da ja auch gar nichts. Ja, das haben sie alle nicht gesehen. Das ist beruhigend. Ähm. Ja gut, wenn die das nicht stört. Dann will ich sie natürlich da nicht belästigen. Schriftrate 5. Ja. So, hier ist ja niemand. Ja. Nein. Nein. Wie hat er mich denn mit einem Schuss umgebracht? Ich wollte ihn doch eigentlich mit Attentat umbringen. Wieso springe ich auf den drauf? Ja. Nein, wenn ich da auf den zu rennen will und einen Attentat machen will, springe ich aus irgendeinem Grund erstmal voll gegen den. Das macht auch irgendwie wenig Sinn. So. Ah, nein! Wieso springe ich dann einfach ab? Ich wollte da hochklettern, ich springe. Darf ich auch hoch? So. Ja, den kann ich schlecht umbringen, wenn der andere gerade zuguckt. So, rein mit dir. Bis wohin läuft der denn? Bis da. So hat ja keiner gesehen. Ja, Verstärkungsgebiet, aber hier ist keiner, der verstärken würde. So, da kletter ich mal lieber unten drunter durch. Wie mach ich das jetzt? Aber wie? So nicht. Wie kriege ich den denn, dass er wegguckt? So geht's natürlich auch. Pflanzenwache. So. 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 Da ist keiner. Ich weiß nicht, was du was behauptet. Ja, nicht viel los, haste recht. Das kann doch nicht sein.